Musik 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 Aber Herr L., wir haben doch so Spiele. Feuer, wer kommt, was machen die? Feuer. Wunder, vielleicht. Jetzt sind wir. Ah, das ist nicht. Aber warte, ich mache es nicht. Okay. Wir haben das Thema 24 Stunden. Es gibt zwei Gruppen, die jeden Tag 24 Stunden Dienst haben. Zum Beispiel Gruppe A hat Dienst und Gruppe B hat frei. Die Feuerwehr dürfen schlafen und abwechseln, Tag und Nacht. Es gibt neue Feuerwehrmänner in ganz Wien. Die Feuerwehrmänner müssen sich in 30 Sekunden anziehen. Egal welche Uhrzeit es ist, die Feuerwehrmänner müssen bereit sein. Unsere Überschrift ist, meine Katze sitzt im Baum. Was macht die Feuerwehr? Es gibt eine Katze im Baum. Oh mein Gott, meine Katze hält den Baum. Ich kann es nicht tun. Die Ender ruft die Feuerwehr an. Äh, äh, 2, 1, 1. Wie heißt die Nummer wieder? 1, 2, 2. 1, 2, 2. Äh, Feuerwehrmänner, ich hatte einen Baum. Die Feuerwehrmänner, ich weiß noch nicht. Die Feuerwehrmischer 1, 2, 2, 3, 2, 3 ... Danach ist ein Mann gekommen, der wollte, dass das Auto trennt. Und das hat er auch gemacht. Dann ist die Rettung gekommen, hat den Mann genommen und wieder in den Rettungswagen gebracht. Danach ist die Feuerwehr gekommen und hat das Auto, so gesagt, gelöscht. Und der Mann ist weg, abgehauen. Wir haben über Hochwasser gezeichnet. Eine ganze große Überschwemmung im Feuerwehr kommt zu helfen. Die fahren zum Haus, um ein Mädchen zu retten. Hier wird ihr ein Bild. Hier seht ihr ein Bild. Feuer, es brennt. Wer kommt? Der Feuerwehr kommt uns retten und löscht das Feuer. Auf der Straße, es gibt auch Rauch. Das passiert auf der Straße. Wo gehst du? Es waren ganz viele Autos. Wir müssen die Straße retten. Der dünnste Feuerwehrmann sagte, ich habe Angst.